In diesem Video gebe ich dir einen Einblick in das Krankheitsbild des Erysipels. Das Erysipel ist eine bakterielle Infektion und Entzündung der oberen Hautschichten und Lymphwege und zeigt sich als scharf begrenzte, flächenhafte, starke Rötung. Das Erysipel geht von kleinen Hautverletzungen aus und tritt meist im Gesicht, an Armen oder auch den Beinen auf. Andere Bezeichnungen für das Erysipel sind auch Wundrose und Rotlauf. Ursache eines Erysipels ist meist eine akute Infektion der Haut durch beta-hämolosierende Streptokokken der Gruppe A, also Streptokokos pyogenes. Selten können andere Erreger für die Entstehung eines Erysipels verantwortlich sein. Dazu gehören Streptokokken anderer Gruppen, Staphylococcus aureus und gram-negative Stäbchen, sowie auch klebsieller Pneumonil. Die Eintrittspforte für die Krankheitserreger ist häufig eine Wunde, eine Ragade oder auch ein Fußpilz. In einigen Fällen kann eine auslösende Wunde auch vergebens gesucht werden. Patienten mit Wassereinlagerungen im Gewebe, also einer Ödemneigung, sind stärker gefährdet, an einem Erysipel zu erkranken, insbesondere bei vorbestehendem Lymphgefäßschaden. Grund hierfür ist, dass die Lymphbahnen einen Abtransport von eingedrungenen Bakterien in die Lymphknoten bewirken. Dort werden dann die Bakterien durch Abwehrzellen abgetötet. Beim Lymphgefäßschaden funktioniert dieser Abtransport dann nur bedingt. Typisch für das Erysipel ist eine sich rasch ausbreitende, hochrote, abgestufte, flammenförmige, sowie auch scharf begrenzte und schmerzhafte Hautrötung. Die gerötete Haut liegt zunächst noch im Niveau der Umgebung, schwillt später an und ist überwärmt. Die Symptome können von kleinen roten Punkten ohne Begleiterscheinungen bis zu hochfieberhaften Infektionen mit Schüttelfrost und schwerer Beeinträchtigung reichen. Nach einer Inkubationszeit von wenigen Stunden bis ungefähr zwei Tagen beginnt das Erysipel meistens plötzlich mit Fieber und Schüttelfrost. Erst Stunden später zeigen sich die typischen Hautveränderungen. Das Erkennen dieser Krankheit bereitet meist keine Beschwerden und kann manchmal als sogenannte Blickdiagnose gestellt werden. Die Diagnose wird somit in der Regel klinisch gestellt. Ein Erregernachweis ist meist gar nicht möglich. Schwierigkeiten bereiten Erysipele auf vorgestelligter Haut, zum Beispiel bei einem postthrombotischen Syndrom. Verwechslungsgefahr besteht mit einer sogenannten Stauungsdermatitis, vor allem im Bereich der Beine bzw. einer akuten Dermatitis auch im Gesichtsbereich. Ein sich symmetrisch vom Nasenrücken auf die angrenzenden Wangen ausbreitendes Erysipel wird als Schmetterlingsirisipel bezeichnet. Dies ist deutlich zu unterscheiden von einem Schmetterlingsirisipel beim Lupusirithematodes. Auch eine allergische Kontaktdermatitis oder ein Angioödem müssen von einem Erysipel abgegrenzt werden. Bei dem nicht seltenen Erysipel der Ohrmuschel ist differenzialdiagnostisch auch eine Perichondritis in Betracht zu ziehen, da die Wahl des Antibiotikums davon abhängt. Eine unter Umständen zu Beginn ähnlich aussehende bakterielle Erkrankung der Haut und Unterhaut, die aber einen rasenden Verlauf hat, ist die nekrotisierende Fasziitis. Differenzialdiagnostisch muss auch die Möglichkeit des Anfangsstadiums einer Lymeborreliose, ausgelöst durch einen Zeckenstich, abgeklärt werden. Hier muss es nicht immer zu einer kreisförmigen Rötung kommen, sondern es kann sich auch ein sogenanntes Erythema-Migrans, eine flechtenhafte Hautrötung bilden, die leicht mit einem Erysipel zu verwechseln ist. Patienten mit blasenbildendem oder blasenbildend blutendem Erysipel werden meist stationär ins Krankenhaus aufgenommen. Das blasenbildende Erysipel wird auch bullös genannt, das blasenbildend blutende Erysipel entsprechend bullös-hämoragisch. In der Regel ist eine hochdosierte intravenöse antibiotische Therapie notwendig, da das Erysipel eine ausgesprochene Neigung zu Rückfällen zeigt. Die Therapie bei schwerer Erkrankung mit zum Beispiel herabgesetztem Allgemeinbefinden unter hohem Fieber erfolgt als intravenöse Dauertropfinfusion. Die Behandlung leichterer Formen kann auch mit Antibiotika-Tabletten erfolgen. Tritt während einer nicht-stationären Behandlung eine Blasenbildung auf, muss sofort der Arzt aufgesucht werden, um eine Verschlimmerung zum hämoragischen Zustand zu verhindern. Zur Akutbehandlung werden weiterhin kühlende Umschläge mit Wasser oder auch desinfizierenden Substanzen eingesetzt. Bettruhe ist empfohlen. Außerdem muss die Eintrittspforte der Bakterien behandelt werden, um ein Rezidiv zu vermeiden. Folgeschäden sind nur in extremen, unbehandelten Fällen bei Patienten zum Beispiel mit operierter Herzklappe zu befürchten. Risikopatienten sollten den Hausarzt daher immer frühzeitig aufsuchen. Beim hämoragischen Erysipel kann nach dem Abheilen der Blasenzone eine Vernarbung auftreten, die auch zu einer bleibenden Hautveränderung führt. Das Erysipel zeigt in der Regel eine spontane Rückbildungstendenz. Ohne Behandlung treten jedoch oft Rezidive auf, die durch das Verkleben der Lymphbahn zu Störungen des Lymphabflusses eines Armes oder Beines führen können. Hier kann ein sekundäres Lymphödem bis hin zur Elefantiasis auftreten. Über eine Rezidivquote von ungefähr 30% innerhalb von drei Jahren wird berichtet, weshalb oft eine intravenöse antibiotische Behandlung über 10 Tage empfohlen wird. Weitere Komplikationen sind eine Thrombophlebitis sowie eine Hirnvenenthrombose und eine Meningitis bei Auftreten im Gesicht durch den Eintritt der Erreger in Kollateralvehen in der tiefen Gesichtsregion. Eine nekrotisierende Fasziitis kann bei einem Erysipel am Unterschenkel entstehen und im Anfangsstadium mit diesem auch verwechselt werden. Beim Rezidivieren im Erysipel besteht die Gefahr eines sekundären Lymphödems mit allen hierdurch entstehenden möglichen Folgeschäden. Rezidivieren im Erysipel